Vierter bin ich. Das schafft er nicht mehr bis zum Ziel. Zwei, eins und aus. Ich bin vierter. Ich hätte doch dritter oder zweiter werden können. Ja, aber du hast ja nichts. Elftausend gab es. Ganz schön wenig. Hauptsache etwas wenigstens. So, mal gucken. Oh, so viele Boos. So viele Boos? Ja, ja. Achso, die da runter. Ja. So, mal gucken, ob es gleich klappt. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ob ich dich gleich mit einladen kann, wäre ja natürlich super duper. Ja, schöne Kisten haben sie da, aber ich überlege mir schon, ob ich mir den Ferrari hole, den F40. Der für 700.000. Und? So, nur los jetzt hier. Ich will einladen. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp. Guck mal. Freunde, einladen. Oh, sag mal, ist das dein Ernst? Nee, jetzt gehe ich raus. Oder warst du schon mit drin gewesen? Nee. Nein. Ich habe keine gekriegt. Warte mal, dann gucke ich mal, ob ich... Guck ich währenddessen, während du rausgehst, ob ich schon mal was finde hier. Eine kleine, gemütliche Runde, voll süß. Oh, der sieht so aus wie du. Der wollte gerade popeln. Ich habe hier auch gerade eine ganze Runde gefunden. Mit alles voll hier. Ist auch alles voll bei dir? Ja. Na, dann fahre ich das auch mal mit, das Rennen. Oh nein. Ach, bin ich denn trottelig. Was geht schon los? Ja. Warum ist denn hier ein rotes Auto? Wer hat denn hier ein rotes Auto? Du? Nee. Alle sind blau, einer ist rot. Ach, das ist bestimmt mit Dequalifikation. Ach so. Man, sind wie eine große Runde. Was fährst du jetzt? Nightrider? Ich fahr, ey. Ja, die Nightrider fahr ich. Ich auch. Aber du wirst ja jetzt wohl die Gemeinde Dings sein, ne? Nee. Nee, ich seh, ich seh, bin hier gerade in der Runde mit drin. Nee, du bist ja nicht, Boy. Du wärst ein Wunder, wenn du jetzt mitmachst, reingespawnt wärst. Kid-Mops-Geschwindigkeit. Haha, hat er gemacht. Täusch dir auf der vierten Position. Vierten, ich bin auf drei. Jetzt bin ich, jetzt bin ich auf der dritten. Hinter mir ist ein gelber. Juhu. 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 Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich. Juhu, Mops-Geschwindigkeit. Juhu. 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 So, ich hoffe mal, das ist bloß eine Rundi. Juhu. Mops-Geschwindigkeit. Oh Gott, der Dirk. Ach, mach doch mal Platz hier. Oh Mann, das dauert ja ewig mit, diese scheiß Fallschirme. Dass du da unten ankommst. Ich beschleunige die Sache mal ein bisschen. Ja, ich bin, ich schlag mich grad zur Zeit auf den zweiten. Ja, ich bin jetzt auch auf zwei. Jetzt auf drei. Ja, der Knight Rider hat mich grad überholt. Im schwarz. Ihr fahrt doch alle, ach so. Dann passt das ja gut. Nee, ich fahr den roten. Warte. Ihr vor mir leckt ein bisschen immer. Ich fahr grad den roten. Ich fahr den Seven. Oh. Der kriegt wohl doch, ich wollte schon sagen, kriegt der nicht sein Fallschirm auch? Ach komm, komm schon. Was du denn? So, jetzt bin ich erstmal auf dem herrsten. Mal gucken, wie lange. Oh, er nimmt meinen Windschatten. Ah, er nimmt meinen Windschatten. Gleich zieht er an mir vorbei. Wie so eine Hechtsurbe auf Pudding. Ah, der ist zu weit geflogen. Der hat zu weit nach unten gesteuert. Tobospeed. Oh, tut mir leid. Ich wollte eigentlich nicht schubsen, aber ich hab die nicht gesehen. Oh, schaff ich den, krieg ich den, krieg ich den hier eigentlich gerade so. Auf welchen? Zwei. Ich und der Schwarze kloppen uns um den dritten. Ich bin der, ich bin grad Erster. Ja. Wir kloppen uns grad um den dritten Platz hier. Oh, hallo. Ey, ein Pisser, schubs nicht. Herzlich willkommen auf Platz Nummer 1. Wir gucken, wie lange das so bleibt. Dann glaub ich, jetzt Vita gewonnen, weil die mich noch überholt haben. Oh, da ist einer eckobodiert. Eckobodiert? Eckobodiert. Oh, warum pfeifen die jetzt alle an mir vorbei? Sind die? Käse? Ja, bei mir sind die auch auf einmal irgendwie schneller geworden. Dann klau ich dir deinen Windschatten, du Mütze. Ach, sonst der bin ich. Ah, den hab ich eben schön mitgenommen. Jetzt hab ich die anderen erstmal aufgehalten. Jetzt hab ich einen kleinen Vorsprung. Gucken, wie lange ich den halten kann. Ah, da kommen sie schon. Warum sind die so schnell? Ich geh raus. Warte, wann bist du? Ja, ich bin gleich so weit. Mal gucken. Vielleicht habe ich halt diesmal Glück. Und dann nehmen wir eine eigene. Wo wir alleine sind oder was? Nee, wo ich, wo nicht gleich so viele sind. Wo ich den, wo man sich dann noch mit einladen kann. Ich weiß, alleine ist er langweilig. Ist zwar auch cool, aber ist ein bisschen langweilig. Ich bin gleich so. Ich bin gleich so weit. Weiter geht's. Komm, jetzt reiß ich hier am Schlübber. Komm, jetzt reiß ich hier. Wie machen die das, dass die mit ihren Fallschirmen so schnell sind? Das begreife ich nicht. Mache ich irgendwas verkehrt? Das sollen mir mal einer sagen. Das ist gut. Das ist echt gut. Scheiße, er ist schon dran. Gleich hat er mich. Da ist er schon. Und vorbei ist er. Aber er kann ja seinen Windschatten noch nehmen. Ja, dafür hast du ihn ja jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Das können wir nachher machen, falls wir dann wirklich noch hin kriegen, dass wir in einer sind, dass wir dann uns immer gegenseitig mal selbst immer boosten. Und ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Was gehört, Tommy? Dass wir dann uns, wenn wir das wirklich noch schaffen, dass wir in einer sind, dass wir uns dann irgendwann immer gegenseitig immer selber boosten mit dem Windschatten. Da, wo uns Schubs geben, ja. Ja. Der war echt gut, der Zweite. Bist du jetzt Erste oder was? Ja, ich bin jetzt durch. Mit dem Ersten? Ja. Ja, ja. Klappen, kurz vorm Ziel habe ich ihn noch gekriegt mit dem Windschatten. Der ist rot. Hoffentlich klappt das jetzt. Ja, genau. Wenn nicht, komme ich gegner mal raus. Sechs, fünf, vier, eins, zwei, eins, Ende. Danke, 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 danke. Ohne Auto, wie super toll.